Moinsen Youtubis wieder mal euer René von FunVlog. Willkommen zu Minecraft Halloween Part 9 Wir waren ja immer noch um dieses Dörrchen hier beschäftigt. Wir werden heute mal feststellen. Ich hoffe in dieser Folge mal ein Ziel gesetzt. Einmal das Dach. Hier will ich ja noch eine Artage Holz. Hier nochmal eine Artage Stein. Das ist mein Ziel erstmal das Dach zu Ende zu bringen und vielleicht noch führe ich schon mal beide die Treppen. So, zack. Gibt es hier eigentlich auch nochmal ein Ende? Oder da hinten? Töne 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 So. Ja, damit sind wir schon mal hellig. Dann ziehen wir jetzt hier dieses Ding. Und Holz würde ich eigentlich, glaube ich, nehmen, wie ich auch in diese Türchen verbaut habe. Oh, das hier. Ich hoffe jetzt eigentlich nur, auf dieser Höhe müsste ich treppen. Vier. Vier. Ne, dass ich bis ganz nach unten auch hinkomme, weil das Gebäude ist ja nicht gerade das kürzeste. Passt genau. Und hier oben drauf kommt dann das süße Holz. Dann ziehen wir den mal durch. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann kümmern wir uns schon um das Licht und um die einzelnen Räume. Ich habe mir überlegt, weil hier unten habe ich auch noch Platz drin, dass ich da die Schlafseele mit dir auch in der Burg wohnen zu machen und so eine Schatzkammer oder irgendwas anderes. Und damit wir auch wieder ein bisschen erst mal Licht drin machen. Ja, später alles mit Fackeln. Und die Glowstone kommen alle an oben an der Decke. Dannミ Flies dann spelbücher her. Lieb. Oderми Luftwaffe. Wie aun Kerken? Wir haben Engst ja. Wir haben Schlaf. Wie auch Reimann in diesem Bereich gesternbar. Ich glaube, das ist ein bisschen Damit kriegt auch schon viel mit das erste Dicht. Eingemittes Backen. Ich hoffe es passt. Dann werde ich schon mal die Treppe noch beenden. Und vielleicht noch die andere Treppe, wenn es passt. Die Person. Man. Wann kommt denn das Ende? War ja klar. Wenn wir umdrehen, kommt das Ende. Das ist so ein Ende im Gelände. Oh, dann ist die Eingemittes Backen. Die erste Schicht drauf. Jetzt kommen wir auf die zweite Schicht. Die Eingemittes Backen. . Zack, die Haube Haube. So, die 5 Minuten haben wir aber noch, die nehmen wir uns noch, werde ich noch die eine Treppe da auch noch packen, also die beenden. So, die 5 Minuten haben wir noch. Oh, immer noch ein Stück. Meine Herren. Immer hin und her, das wird ja auch nicht schwer. Ah, wie der Ende. So, wie geht es hier auch? Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier habe ich einfach nur das Holz hingemacht, was einfach schöner aussieht. So, dann kann ich das hier auch. Oh, und jetzt wird das Holz dann nach oben versetzt. Und hier kommt dann die nächste Trapper auch schon rein. Aber da wollen wir doch mal sorgen. Die Reihe machen wir noch, dann sind wir bei den 15 Minuten angelangt. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt mal gerne den Däumeln her oben. Nächsten Abende, würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.